Schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei Morning Cracks, die tägliche kurze Morning Show zu Aktuellem, zu Lustigem, aber hauptsächlich zum Thema, wie man wirklich Cracksie wird. Viel Spaß! Heute mein richtig cooles Thema. Und zwar, vielleicht sind drei Minuten oder vier Minuten oder fünf Minuten nicht genug, um sich diesem Thema zu widmen, aber Frauen und Männer im Training. Ich habe die Schnauze voll davon, dass Frauen im Training wie schwächere Männer behandelt werden. Das ist leider so. Wenn du ein Trainingsprogramm bekommst, das für einen Mann in Wahrheit geschrieben wurde, bekommt dann die Frau 70 Prozent oder 40 Prozent oder 30 Prozent von dem Gewicht, was die Männer bekommen. Das ist nicht nur inhaltlich, sondern auch vom grundsätzlichen Ansatz her, meiner Meinung nach, komplett falsch. Vielleicht hat der ein oder andere schon ähnliche Trainingserfahrungen auch gemacht. Wenn ich zum Beispiel eine Gruppe mit Damen und Herren gemischt trainiere und ich stehe da vorne, ich erkläre eine Übung oder was als nächstes drankommt, dann ist in dem Augenblick, wo ich die Übung ausspreche, schon 90 Prozent der Männer am Weg, diese Übung auszuführen und damit zu beginnen. Die Damen stehen noch immer vor mir, schauen mich mit großen Augen an und ich darf einen fünfminütigen Erklärung dazu geben, bis ins kleinste Detail, was wir in den nächsten zehn Minuten genau machen werden. Und das ist großartig. Aber da sieht man, wie unterschiedlich allein schon der Coaching-Zugang für Frauen und Männer ist. Und da interessiert es mich auch gar nicht, wer wie viel Gewicht verwendet. So, jetzt haben wir diese Übung erklärt. Die Herren schießen sich natürlich irgendwo im Eck hinten schon die Birne weg. Jeder verwendet viel zu viel Gewicht, weil wir uns natürlich maßlos überschätzen als Männer. Und die Damen beginnen mit, sagen wir mal, vielleicht nicht so herausfordernden Gewichten zu trainieren, was auch völlig in Ordnung ist. So, wie machen wir das jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Männer brauchen, und ich rede jetzt von Männern, aber ich rede von Personen mit männlicher Energie und weiblicher Energie. Natürlich gibt es da Mischkulanzen, aber ich versuche das bewusst ein bisschen auch zu polarisieren. Männer brauchen dieses Chaos und Männer lernen eigentlich nur aus Fehlern und das wahnsinnig selten, sind wir uns doch mal ganz ehrlich. Das heißt, der Mann muss eigentlich so ein bisschen was abfacken, bevor er sich Gedanken dazu macht und bevor er mein Coaching überhaupt annimmt, dass er was ändern sollte. Das heißt, eigentlich coache ich Männer nach der Übung und unsere wunderbaren Damen davor. Das ist für mich Coaching. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne jederzeit melden. Wir machen natürlich heute wieder einen wunderbaren Song mit der Caro Kreuzberger. Also nicht mit ihr direkt, sondern mit ihrem Song, Can You Feel Your Love? Sucht sie mal auf Spotify oder auf YouTube. Heute machen wir Folgendes. Das ist was super Tuffes. Wir gehen in die Liegeschütz-Ausgangsposition. Beginner-Version ist, wir halten oben und jedes Mal, wenn wir Love hören, machen wir einen Liegeschütz-Ausgangsposition. Wir gehen jetzt runter, gerne auch auf den Knien. Die Hardcore-Variante ist, wir halten unten, also quasi mit der Brust einen Zentimeter vom Boden entfernt und machen jedes Mal einen Push-Up, wenn die Caro in ihrem Song Love singt. Bin wahnsinnig gespannt. A, wer das wirklich macht, B, wer das durchzieht und C, wer dann auch noch so cool ist und uns ein Video davon schickt oder es direkt irgendwo postet und uns wunderbar taggt drauf. We are Greggs. Gregg or Greggs sind unsere Instagram-Accounts. Viel Spaß damit. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast liked, uns vielleicht auch eine kleine Notiz hinterlasst, ob wir es euch gefallen haben, eine kleine Bewertung teilen, was auch immer, hilft uns wahnsinnig. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, jederzeit mit mir, am besten Handy, WhatsApp schreiben, kurz anrufen 0664 84 85 928. Ja, ich gebe euch wirklich meine private Telefonnummer, weil es mir ein Anliegen ist, für euch da zu sein. Oder, weil es ein bisschen anonymer haben möchte, gregg at greggsgym.com, kommt aber auch direkt zu mir auf Instagram, we are greggs fürs Gym und meine Instagram-Fame-Nummer ist greg or greggs, greg or greggs. Vielen Dank fürs Zuhören. Let's get greggs here.